in die mach mal reinspringen aber hat abgekühlt ich komm nicht ran doch ich komm ran ich weiß ich was aus der hand alter voll in die laba geknut kniescheibe weg als streinsahle wir haben mal ne molle geschmissen ich muss auch wieder rüstungkruste anlegen ihr könnt auch das kreuz benutzen ok wo dann leider nur das kreuz was ich soll das kreuzen warum soll ich das kreuz nehmen mann das hier ist doch überall lava wir sind in der hölle das hier ist doch überall lava wir sind in der hölle wir sind in der hölle wir sind halt dämonen das ist die hölle hier hier ist überall lava ja da weiß ich auch mal die hölle alter bist du beim vulkan bist du nicht in der hölle naja ich glaube wenn du in einem vulkan drinnen bist dann ist das für dich die hölle ja das ist doch nicht die hölle er muss doch schon grenzen ziehen irgendwo finde ich und welche muni haben wir grad drin dente ok david hat das kreuz das ist doch richtig das ist eine christliche mission jetzt tut der anti anti christ auf christ ja also bist du ja schon der anti 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 christ oder wie wie gesagt anti anti heißt ja schon wieder dass er christ ist also von daher na dann ist er der anti 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 christ richtig aber das hat er nicht gesagt er hat nur anti anti christ gesagt das heißt dass er wieder christ ist ja aber du musst nicht unbedingt die religion angenommen haben sondern du bist einfach nur gegen die menschen die gegen christen sind ja bei anti anti heißt ja dass es sich gegenseitig auflöst wieder das heißt du bist christ ja aber du musst nicht unbedingt die religion angenommen haben sondern du bist einfach nur gegen die menschen die antiken also du bist einfach nur gegen antikristen ja aber das wiederum ist ein sehr extremer extreme denkweise alex entweder mikro dich da am mund oder ich mach dich lauter du bist rauer als wie hohecker ne also ich esse grad was ok aber ich wollte es dir bloß gesagt haben weil sonst verstehen die leute durch die lava geräusche nicht was du sagst geräusche 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 ich sehe zwei drei vier ich komme ja angekrabbelt zu viel sehe ich gerade holz auf achso ich dachte mal das will er helfen echt jetzt ey das im zielen ist behindert dann aber guck mal ja ich gewöhne mich schon irgendwann da wird trotzdem keine muni mehr ok lad doch nach er brennt ok lästet sich auf dem baum möge der satan und euch weichen warte mal kurz besser rein gedärme raus und mit dem fangen wir an ok den hier ja ok das sofort hast ihn ähm bleib da mal kurz stehen ähm mal andere frage hast du denn wunsch oder soll ich jetzt einfach irgendeine nehmen irgendeine wechseln überrasch mich ok mach ich den mach ich was denn eigentlich staubt über die zeit das das den guckst du denn grad den streamen über die vr von altet capi von tim alter trucker cap style trucker g ja ja warte mal ich drück dir hinaufm bomml jetzt wollen wir jetzt noch irgendwie hier welche ausnehmen oder nicht trucker g ist am start genau diggy genau ja hier eins zwei drei okay und los ja da müssten wir mal alex generell zusammen äh mal lizenzfreie lieder oder gucken äh in den richtigen situationen oder so jo jo alles klar digga weiß ich bescheid viel spaß mit der vr brille oder schreib mal was spielst du denn dran jetzt ja wahrscheinlich hogwarts legacy naja das geht ja mit vr nicht achso er hat sich ja jetzt für den pc hier die oculus rift 2 wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe geholt mhm da hab ich ja mit das den äh auch schon to best broken aber ich habe mir ja gesagt half life alex immer noch dicker bin ich denn voll neidisch drauf also da würde ich auf jeden fall mal rum kommen um es wenigsten selber mal gespielt zu hören aber ich sag half-life fanboy nummer eins klar war es noch klar 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 und sind viele gegner einer kommt schon hoch da hinten kommen noch mehr wo ich hin leuchte alles gut ich bin hier und wenn sie dicht rankommen kriegen sie schrot in die fräse die trucker g können wir den ausnehmen ja wir sind trucker schrotzen wartet wartet ok leg mal schnell an jo komplett geschützt wir haben auch noch so viele von den Tabletten machen wir heute bisschen Lebenunerfolg toll greifen uns mal das noch rein und was also bei froren einsatz bereit aber warte mal wir können ja auch gerne mal da unten sich vielleicht schon mal ein paar tümmeln ich habe sieben granaten hehehehe ein paar granaten schmeißen alter Leute ich glaube hier geht es ganz gut rüber der event hat er was Kranade und Schuss okay Lava piept schön na Jusen wollt hier links lang ok gehe ich hier links lang Jusen hast du den einen Ring bei ich komme hier runter ich nenne ja die 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 auf vier Beinen laufen die normalen die aber drei dreckig sind nenne ich ja immer Gollums dann passt das gut Granade passt auf oh ist in die Lava gefallen glaube ich Feuer in the hole hätte ich eigentlich sagen müssen da ist eine Feuer in the hole Feuer in the hole oh vor mir Feuer in the hole geht weg er ist weg oh fuck nicht in die Lava ich habe ihn weggesprengt würde ich sagen alle noch da habe ich einen erwischt nö ne nö ja super gemacht würde ich sagen super richtig super äh wenn wir ausnehmen hier ist schon mal einer hinter dir ja fahr'n wir damit an noch einer noch einer das war aber ein Header das war aber ein Header eigentlich ich habe jetzt nicht mal Usen getroffen obwohl ich das gedacht hätte weil ich ihn da unten nicht getroffen habe ok fangen wir mit dem hier an leute oder kommt noch einer da ist kommt noch einer sehe ich grad da ist kommt noch einer sehe ich grad mal zurück erstmal losen warte warte ich habe ich habe noch nicht ok du hast doch wenn wir so ein bisschen Zeit verzögert machen hast du auch noch so viel Zeit wie der Letzte daran rum schlitzt david lösen warte hier ich habe wieder weh ok hier ist der nächste Abda ja los 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 nö nö hier der hier noch abda ja sehr schön ok dann halt euch beide ich versuche auszupassen ja geht ja zu wie auf den Trödelmarkt hier ey jeder will das größte Stück naja törlich Dusen mach du ok ok David geht schon los aber hinter dir der boi klippt schon voll aus na warte ich habe das kreuz gottes wart ihr da hinten in der ecke schon die vorne sind auch zwei burn motherfucker burn sorry ok hätten wir vielleicht runterrutschen können hier ist aber nichts hier lauf da ok ich gehe mal rechts lang kommst du klar Yusen David lauf noch nicht weiter ich lauf hier nur am Rand ja aber wenn Yusen fightet weil da hinten laufen auch noch ein zwei rum ich bin bei David alles gut ok hier ist was der wird feiert burning man da kümmert man sich nicht um so den Lappalien wie den Tod sterben müssen wir hier alle richtig gefeiert wird wo ist der? gefeiert wird nur einmal im Jahr Leute warte mal bitte hier ist eine Karte auf jeden Fall 0 2 activate heavy aid cycles der Würfel aktiviert sich alle 8 Würfel alle Zyklen 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 genau so heißt das also alle 8 Tage alle 8 Zyklen ich weiß nicht was alle 8 Mondzyklen oder keine Ahnung naja deswegen denke ich mal Tage oder? gut dann lass erstmal weiter gehen bevor wir uns hier über die Fritzel den Kopf zerbrechen wie ich hab keine Batterien mehr Yusen warte ich hab noch Batterien der wird warte sonst gut ich steckst du dir in den Rucksack ich brauche jetzt nicht unbedingt Licht na ich hab Licht an der Waffe deswegen jeder der mit Schusswaffen arbeitet bitte schraubt euch das Licht drauf erstmal ich hab meine also bei der bei der Handpistole ist es wenigstens unten bei der Schottie ist es halt oben drauf das ist ein bisschen scheiße aber also ich hab mein Katana und mein Feuerzeug alles gut ich mach schon David ich bin dabei alles gut na du warst doch grad ein Priester hier mit deinem Kreuz ich hab mich hingekniet hier komm mach die Hose auf los gehts komm weit den Mund drauf weiter okay oh ne das war jetzt echt naja ok sorry Leute halt halt ha 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 musstest jetzt noch einen drauf setzen ne alter Falter ach ne nimmt es uns nicht übel es sind nur Witze Leute ja 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 hängen die hier hängen die hier ab oder was hier hängen noch sind noch zwei Notizen oder auch einmal der Cube nochmal der Würfel out demonia ich hab's doch gesagt ey das kreuz das bringt let be Jesus be with you oder soll ich nicht keine Ahnung das hören wir von dem Anti 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 Christ zurück 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 ich hab meine Waffe nicht mehr in der Hand Aua Huse schlägt mich erstmal Huse and burn sorry wollen wir ausnehmen und witzig finde es eh sogar noch einfacher wenn einer von euch schon anfängt reinzustechen manchmal bewegte sich auch die letzten Zuckungen hier ist noch einer zwei ich hab keine Muni mehr Müsste noch ein zweimal drauf kommen Okay Renne hier zu Tode Und aus Hat noch einer Pistolen Muni? Ich hab leider gar keine Muni mehr Deswegen hab ich jetzt gerade keine Ahnung Ich hatte auch nur das eine Magazin in der Waffe Okay dann äh los ausnehmen Ich glaub ich hab jetzt den falschen Muni Ja Ne Philipp oder Ich hab den anderen genommen Ja Ich auch Ah ist ja egal Jeder hat ein Stück bekommen Für Muni hab ich eigentlich noch 26 davon Oh ja man Also Shotgun Okay wir machen jetzt erstmal Shotgun Aber ich muss halt aus der Hüfte schießen Leute Aber wenn ich mir nur den Laser drauf mache Dann seh ich wenigstens wo ich hinschieße aber Also ohne Laser wäre ja theoretisch noch besser Aber ich Wir sehen dann halt nichts Also ich kanns ja mal kurz machen Los damit Warte mal kurz Was Kombinieren Du kannst noch einmal nehmen Kannst du die Shotgun halten und ne Taschenlampe haben Ja aber dann kann ich ja trotzdem nicht ins Scope gehen um besser zu zielen Ich weiß nicht wie viel ihr seht Wir können es ja einfach mal machen David hat ja zumindest ne Taschen Ne Nehmen wir das gleiche Ich habe keine Batterie Da den Warte bleib stehen Warte bleib stehen Batteries Das ist ein Vieh Das ist tot Kommt noch eins Kommt ihr hier ran an das Ohne runter Nein 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 es fällt Kommt der ran Ja Ja also ich ja Ja ich auch Ich auch Aber passt auf dass er nicht runterfallt Ja ich seh ich Ich fahre jetzt alle wieder runter Fein Ich nicht Alter das Vieh aber Ja tschüssi Erstmal gegrillt Ich hoffe ihr seht halt noch genug Oja Oh ist ein Loch Wo denn? Nee Ich fahre vor Ich muss noch ein bisschen vor Warte Warte auf ich bin hinter dir Da hast Peiler vorgehen Der hat die Shotgun Aber ich seh doch am wenigsten Du bist hier doch der Christ vertraust du nicht auf gott dass dich nichts umbringt oder doch doch aber ich muss sie von weiten sehen rechts sind ein paar kisten auf der seite denke ich oder sind das stein und nicht so ein steiner ja also die sind richtig shotgun anfällig ein schuss alter normale shotgun mit der pistol ging es vorhin auch recht gut aber ich glaube auch nur weil ich ein zweimal den kopf getroffen und der nächste und es streut nicht weiter ob ich so oder so machen oder leute könnte ich ja theoretisch auch wirklich die taschen wenn er überhaupt noch akku hat er hat sie mich aber für dich ausnehmen oder leute weiß nicht vielleicht liegt daran dass ich mit der schwarze drauf schießen dass es nicht geht vielleicht ist das so der nachteil dran wir sind noch hier oben und du sagst auch nichts zu dem thema ich weiß es nicht warum es nicht nicht mehr leuten kann dann muss ich auch auf euch oder keine ahnung ob es so zu machen so ist ich denke nicht dass es einer shotgun liegt hm vielleicht nur ein bug das ist ein bestimmtes areal also das ist ja seit wir durch den etwas längeren tonal wieder gegangen sind oder vorne ist wieder ein gegner oder vorne ist wieder ein gegner oh das war ein schalter auf jeden fall nö hinter dir hinter dir wenn vielleicht wirklich weil wir ziemlich nah am forscher sind rechts kommt einer oh mehrere hier ein lach voll in den ass shotgun time ich liebe meine shotgun von rechts kommt hinter uns zwei hier aus den josen habe ich dich leicht getroffen leicht wäre nett ja wenn denn habe ich dir nur einen fuß geschossen ja er hat trotzdem meine ganze Rundstuhl gefickt und die älter also deine ganze wirklich alle nein ich war nicht voll nein nein ok also so als drei vier weggefickt auf jeden Fall krass obwohl ich glaube ich nur ein zwei splitter getroffen haben ich glaube hier geht es weiter ich wusste es auch nicht also da hinten in der ecke haben wir zwar nicht geguckt aber es sieht von hier aus nicht unbedingt so aus locker ist das der oh hier geht es raus oder weit ah ne hier ist noch wieder eine Tür die war mit einer Handöffnung glaube ich hier ist ein Kumpel wie bist du denn hat der da was gewartet oder das oh es geht wieder Frequenz ich hab mein Maul ich hab hier sind alle da hey die Olle ist auch gekommen wo denn die 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 ok wir haben auch wieder die goldene Rüstung an hier war gerade ein bisschen Naruto mit sich zu bewegt jetzt werden hier so Möglichkeiten aufgezeigt oder was jetzt werden hier so Möglichkeiten aufgezeigt oder was jetzt werden hier so Möglichkeiten aufgezeigt oder was von hier komme ich Leute das ist mein Ursprungsort oder okay das ist das echte war die ganze Zeit nur in der Simulation oder sowas oder das ist jetzt die Simulation die war die sind der Oh, okay. Bei uns nicht, aber bei mir nicht. Alter, dieser Blob, der Typ, der es nicht durchgeschafft hat. Ja. So eine geschwulst, wo was unterhängt. Das ist jetzt echt das Ende? Beim Heli. Ist das der Milliardär, oder? Ja, moin, Dicker. Wir können uns bewegen. Ja, wenn du den Heli anquatschst, verlassen wir die Insel, wenn du die andere Seite nimmst. Doch, ihr lauft bei mir in der Luft, ist ja gut. Ja, wir nehmen die andere Seite, Leute. Wir fahren jetzt nicht nach Hause. Aber ich sehe David nicht. Nee, ich sehe auch nicht. Ich bin auch nervös, ich sehe quatsch. Da ist es aufgekloppt. Aber du hast wenigstens einen Gürbel, du glücklicher. Ach so, ich kann es ja euch sagen, bevor die hier losfliegen, der Typchen in grün, das ist Timmy. Ah, hi Timmy. Hi Timmy. Das ist der Erwachsener. Ja, sehe ich, die Narbe. Am letzten Teil. Ja. Ah, okay. Und da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber ich glaube... Nee, das ist ein Vater. Na, der Rest müsste der Militär sein, oder? Genau. Wer uns beauftragt hat, weil ich das richtig verstanden habe. Ja, den wir suchen müssen eigentlich. Coole Musik. Ja. Kann man hier hinten noch gucken sehen. Ja, na, hier ist mehr aufgeploppt. Hier hinten war doch eigentlich nichts, oder? Ich weiß nicht, kann ich die Karte erfüllen. Ich habe da Rundschaft freigeschalten. Ich auch. Ja, hier kann man ganz viele Sachen noch öffnen und so. Das ist gut. Naja, das ist bestimmt auch nur normaler Scheiß, sonst. Ja, die fliegen weg. Tschüssi, Kurski. Heute nicht. Heute nicht. Die Insel fällt uns so gut, wir bleiben noch hier. Peter, Peter. Wir haben so viele neue Freunde gefunden. Wir werden hier. Ja, und die finden uns alle Zug anbeißen. Ja, die finden uns wirklich so wegknabbern gut. Ist doch geil, dass Pall da einfach keine Beine ist. Ey, hier sind die Truhen noch geschlossen. Hier sind nochmal Druckerharz und alles Mögliche. Ich nehme erst mal meinen Rucksack. Oh, Calvin ist auch da. Ey, wir haben unser Inventar nicht mehr. Habt ihr den Rucksack genommen, ja. Ne, wo ist denn der? Ich ja. Ach, der hält mir ein Ausrufezeichen aus. Elvin haben sie hier gelassen. Halt, ich kasse. Der braucht doch, der braucht noch eine medizinische Behandlung. Warum haben sie ihn einfach hier gelassen? Ah, krass. Jetzt haben wir eine Grundrüstung, Alter, wie es aussieht. Komplett gelb, die linke Seite. Das ist die goldene Rüstung. Achso. Ja, ich hole nur ein Jahr an, deswegen. Okay. So, aber was sind wir jetzt eigentlich? Da, wo wir gestaltet haben, glaub ich. Ne. Genau da an der Seite. Genau da an der Seite? Gut, wie man passt jetzt? Ja, ich würde sagen, gleich nach Hause. Ach, ich darf nicht nach Hause. Nur nach Hause. Nur nach Hause. Also, ich glaube, das war der einzige Flut nach Hause. Also, wieder in die normale Zivilisation. Ja, aber dann wäre das Spiel vorbei, wenn wir jetzt mitgeflogen wären. Aber können wir das noch jemals wieder normalmüftigen, oder? Keine Ahnung. Aber ich denke mal, spätestens, wenn sie eine große Erweiterung am Spiel machen, muss man das Spiel vielleicht eh neu spielen. Also geht's wieder darum, Tauben zu essen. Oder Eingeborene. Ist ja immer das Gleiche. Wir hätten mitgenommen werden, wir hätten eine Dusche, wir hätten ordentliches Essen bekommen, aber nein. Ich verarschen, hier gab es doch Duschen. Sogar Warpools und so eine Scheiße. Ja, und trotzdem. So war es doch bloß wieder da hinlaufen und in den Schacht riechen und... Nieden fassen, äl was. Attacke weiter und so. Na, ihr könnt ja hier ganz kurz nochmal gucken, ich bin ja gleich wieder da. Ich bin mir gespannt, was Kay sagt. Ihr könnt auch einen Zettel... äh, ein Zelt bauen. Dann können wir kurz schlafen. Jetzt hab ich auch noch extra Wünsche. Ne, ich mach schon mal da. Ich bin noch raus. Ich bin noch raus. Ich mach schon. Das ist auch geil. Möbel. Okay. Oh, das... Das hab ich jetzt cool gemacht. Usen, kannst du das auch? Was denn? Guck mal, mein Stream. Sieht gar nicht komisch aus. Du hast irgendwas vor der Hand und... Ja, aber guck mal hier, ich kann doch durchgucken. Das ist die Schottie eigentlich. Oder sowas. Keine Ahnung. Aber... Ach so. Ist ja krank. Okay, ist kurz festgebrockt anscheinend. Sehr cool. Ähm... Mit G? Wie krieg ich das wieder weg? G? Ich will dich aber nichts schicken. Dann drück ich hier... Bleiben. Ja, okay. Dann gibt's... Äh... Bleiben. Bleiben. Gut gemacht. Natürlich. Schott ran will er jetzt auch wieder nicht in die Hand nehmen. Obwohl ich es ja da vorne in der Hand hat. Merci. So. Bin wieder... da mit A. Q. L. Hab da schon ein Zelt gebraucht. Ich liege schon drunter. Wow, so waren wir vier Beinen. Ja, na klar. Aber ich bin ja relativ durch. Da lässt sich der Jusen nicht lumpen, du. Alter, Schnee. Krass. Über Nacht hat's halt einfach geschneit. Ja. Jetzt kann ich erstmal die Techlight wieder runterziehen. Können wir im Winter Wonderland nach Hause laufen. Können wir das trotzdem drauf lassen und man kann gut zielen? Das würde mich mal interessieren. Ja, komm. Warte mal. Hier sind Batterien, David. Falls du noch welche brauchst. Ich habe genug jetzt. Essen, 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 essen. So, wir können noch mal ein paar Mollys nachbauen, sehe ich dort. Wir bauen uns jetzt ein cooles Baumhaus. Jo, stimmt. Müssen wir uns mal eine Ecke versuchen. Das wäre noch eine Aufgabe. Was wir auch heute noch zusammen machen können. Leider hast du das Kevin gefallen. Oh, diesen Typ nicht. Ich habe gesagt, er soll hier bleiben. Mal gucken, ob er hier bleibt. Nein, G-Man. Bei mir fehlen die Füße. Ja, bei mir auch. Also, ich sehe meine Beine. Aber cool. Wir sind auch die Spuren im Schnee, aber wir sind deine Beine nicht. Also, bei mir fehlt ein kompletter Unterkörper. Kannst du mir davon mal ein Foto schicken? Guck mal, ob ich das euch so ein bisschen in der Cam zeigen kann. Könnte nicht meine Telefonnummer linken. Wenn ich nur das Bild aufrufe, sollte das nicht so sein, dass deine Telefonnummer dabei steht. Nein, keine Angst, das mache ich schon über den Chat. Alles gut. Ah, okay. Privatnummer oder was anderes? Ach komm, ich gebe Ihnen einfach alles, was ich von dir habe. Ich gebe Ihnen meine Faxnummer. Alles aus der Hand. Nee, tu nicht. Ich selber. Du hast auch nur den Schatten, Alter. Wie so eine fliegende Drohne eigentlich, nur neben David gerade. Alter, das ist ja echt krass. Ich weiß nicht. Warte mal, ich guck mal. Aber ich glaube, man sieht es recht gut, Leute. Mir fehlt ja auch ein Teil des Oberkörpers, das Gefühl. Und so die Brust und alles. Ich habe einen Rucksack, habe einen Hals, einen Kopf und zwei Hände mit Unterarmen. Aber der Rest ist weg. Nee, du hast nur Hals und Unterarme. Halben Kopf und Unterarme. Cool. Und Rucksack natürlich. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Gut, ab nach Hause, oder? Ja, oder wir gehen halt gleich an eine Stelle, wo wir halt das Baumhaus hinbauen wollen. Also wäre theoretisch am besten... Warte mal, ich klicke mal die Karte durch. In der Nähe, wo auf jeden Fall ein See oder sowas in der Art ist. Oder ein Fluss. Ach nee, wir wollten doch auf die kleine Insel, oder? Da waren doch auch Bäume drauf. Ist die nicht hier, wenn wir hier nach links laufen? Also ich sehe es halt auf der Karte nicht, weil die Mine so groß ist. Vielleicht da raus geht nicht. Weißt du, David, was ich meine, wenn du hier nach links guckst, von dir aus? Ja. Da, wo die Mine und der Grüne ist, wartet nicht da. Genau über dem Fuß von der Mine links. Oder war er weiter hinten? Fast auf der anderen Seite des Berges. Ja, genau auf der anderen Seite des Berges. Ja, da müssen wir theoretisch einmal drüber, drumherum, oder wie auch immer. Also mein Plan wäre eigentlich da, wo wir in die Höhle reingegangen sind, zum Ende. Dings, dass wir da auch irgendwo vielleicht einen Baum ausbauen. Wieso? Also da hinten. Na, warum nicht? Dann sind wir nahe in der Gegend und können... Was machst du? Oder macht, wo ihr wollt. Ich sag mal, Holz gleich. Wie ein Wahnsinniger. Aber ich fand die Insel in der Mitte des Sees. Das war die einzige Insel in der Mitte eines Sees, die ich gesehen habe. Und außen an der Karte habe ich bis jetzt noch keine Inseln groß gesehen. Müssten wir halt theoretisch erstmal darüber laufen, um den Berg rum, und dann ist gut. Ich laufe. Geh, Volke. Wir müssen dann schon rechts. Da fliegende Drohne. Alter. Was, rechts? Na, dann lauftufung. Wenn du weißt, wo es ist. Das würde jetzt erstmal am Wide Awake. Am Wide Awake. Oh, das ist fucking kalt. Ich hab gedacht, David läuft vor. Ja, aber da steigt er ein bisschen anscheinend. Ja. Äh, ich hab Hunger und Durst und alles mögliche. Ne, hast du nichts bei? Warum ha... Ich bin voll. Haben wir nicht gerade geschlafen? Warum habe ich denn keine Dings? Keine Ahnung. Denken Energy, dann geht das schon. Ich glaub, Kay kommt uns jetzt hinterher gerannt. Ja, so ein Typ, aber ich glaub nicht, dass er... Kommt er zu uns? Ne, der hat ne Keule in der Hand, ne? Das ist nicht Kay. Ne, ist ein Gegner. Okay, David läuft. Den auch weiter. Vielleicht noch zu Hause erstmal nochmal anhalten. Ich glaub, man, zu Hause ist vorbei. Ich würde dich begrüßen auf jeden Fall, ja. Andere Frage, was willst du zu Hause? Ja. Auch gute Frage. Ja, vielleicht ein bisschen meine Munition aufrüsten. Beziehungsweise ihr vielleicht. Weil ihr macht ja mit den Waffen und dann mache ich halt Nahkampf. Ja. Brauchst du noch Muni oder habt ihr hier noch? Nein, nur 9 Millimeter. Ich brauch. Deswegen, ich könnte eure Muni erstmal aufladen. Schotze habe ich aber noch. Denke ich. Oder brauchst du keine Muni, dann können wir weiterlaufen. Also wäre jetzt nicht so überlebensnotwendig, würde ich sagen. Vielleicht bin ich ja noch ein bisschen aufgelegt. Oh, jetzt sind wir erstmal im Winter Wonderland. Dann müsste man mal den Weg folgen sollen. Oh, der geht ja wieder. Wenn wir hätten den Wig folgen sollen, dann, äh... In dem Weg sieht man aber schnell nicht so gut. Jo. Das hat Schnee so an sich, würde ich sagen. Es bedeckt einiges, ja. So, einiges. Ich weiß noch, wie war gerade der Ton für meine Schritte weg. David, Josen, warte. Wir haben eine Winterjacke gefunden, letztes Mal. Dann friert man nicht mehr. Obwohl ich die goldene Rüstung anhab, friere ich auch nicht viel. Eine Winterjacke? Ganz, ganz unten rechts. Ja. Aber da merkt man, dass das Orangene für Kälte ist. Ja, hab ich nicht. Ich hab nur Lederjacke. Ja, darunter wäre die Winterjacke in schwarz. Ja, hab ich nicht. Also, der orangene Balken heißt halt, umso höher der ist, umso mehr Hitze produziert er selber, wenn der kalt ist, so gesehen, sag ich mal. Das andere hatten wir ja klar, das hat ja Josen gesagt, Komfort, das bringt halt was für die Müdigkeit. Und das andere hat nur mit Regen zu tun. Oder Nässe generell in dem Fall, wenn man ins Wasser geht. Also, Kette hab ich jetzt nicht mehr... Vielleicht hab ich den ausführlich gerade schon angezogen. Also, wenn ich das goldene anhatte, hatte ich halt bloß so... Weiß nicht, was ist das? Vielleicht ein Achtel-Balken-Abzug im Ausdauer. Und wenn ich die Winterjacke anhab, hab ich mehr oder weniger voll. Ich hab's jetzt bloß selber nicht ganz voll, weil meine restlichen Attribute nicht ganz voll sind. Mit der Ausdauer. Also, David hat recht jetzt. Seitdem ich das drin hab, könnte ich voll Ausdauer haben. Wo ich davor die goldene Rüstung anhatte, hatte ich so ein kleines bisschen so ein... Wie gesagt, Sechstel, Siebentel, Achtel-Abzug. Aber das ist auch immer ein Besser. Ist aber komisch, dass man in so einer goldenen Rüstung besser, äh... vor Kälte geschützt ist, als, ähm... in einem Pullover oder einer Lederjacke. Aber, naja. Ist nur mein Eindruck. Naja, aber wenn die Böllner Rüstung kalt wird, ist das bestimmt auch nicht angenehm. Naja, das meine ich ja, da friert ja die Haut dran fest oder so. Wenn du das blank drauf hast. Oder auch wenn da vielleicht irgendwie ein bisschen D dazwischen wär. Aber es wär ja trotzdem sehr kalt. Weil, ähm... Die Kälte ja, wenn... Wenn das Metall kalt wird, auch wieder extra Kälte abstrahlt. Und wenn das bloß ein paar Millimeter von der Haut weg ist. Dann fühlt sich das halt so an, als wenn man, sag ich mal... im Kühlschrank oder erst bei den Temperaturen im Tiefkühler... seinen Armen... sag ich mal... mehr oder weniger nackt. Oder nur mit einem Pulli drüber... recht dicht an die Kälte-Gitter... wenn, äh... der Tiefkühler das noch hat, ranhält. Okay, soll das so sein? Okay. Also, warte mal. Der will ich, dass ich ja das Ding anhatte. Dass ich die erst noch der anziehe. Oh, ich muss niesen. Sorry, Leute. Ah, ja, ja. Hat gekribbelt demnächst so. Hm. David, bist du hier unten reingelaufen? Ja. Komm mit in den Berg rein. Ähm. Ich glaub, das soll nicht so sein. Ähm. Ich glaube auch. Aber... Ja. Hallo, David. Hier, äh... spielt es sich mal hinter den... ersten Kulissen ab. Siehst du uns, Susan? Ja, ich bin schon bei David. Achso, bist du hier mit reingelaufen? Ja, schön. Das hier sind eher so die Fassaden, wie aus The Forest 1. Wenn ich mich noch richtig erinnere. Und... Leute, hier können wir trinken. Das sind die Fassaden aus The Forest 2. Also hier können wir ein Baumhaus bauen. Hast du Fische gesehen? Nee, Fische nicht, nee. Nee, wenn wir den Fluss umtrinken. Oh nein. Der wird rutscht runter. Klingt nicht aus dem Fluss. Trinkt durch. Dann müssen wir wieder hoch. Ey, Susan, wenn du springst, kann ich dir perfekt hinterherrennen. Jetzt gleitest du von mir her. Das war auch cool. Wie machst du das? Du bist wieder... geschwebt, geschwoben, geschwabt. Gesch... Geschwibbet. Geschwibbet, genau. Der wird das auch da. Okay. Wir wollen ein Baumhaus bauen. Von David sagt... Okay, wir müssen jetzt schon mal den ganzen Berg darüber. Man sieht jetzt nur die Hälfte. Da, äh, auf dem GPS. Aber, äh, ja. Mal gucken. Problem ist bloß, wenn wir da den Baumhaus bauen, auch wenn die Position echt geil ist, ist es echt schwer, Holz dahin zu bekommen, ne? Weil wir alles um den See drum abschlagen müssen. Oh, kann man doch mit der, äh... Kettensäge, ja, geht schneller. Und dann holen wir uns alle Kay dahin und der schleppt das alle drüber. Wenn er das hinbekommt. Achso, kenne ich da nicht den Abgestaltiger? Das ist egal, den kann man doch, äh, wie so einen heutigen Köter herpfeifen, oder? Ja, das sind so die Kay sich von unserem Baumhaus fernhalten. Genau. Da wird man noch nach Hause Kay. Deswegen sollte er bloß Holz schleppen. Niemals auf Holz hacken stellen. Sonst fällt das Baumhaus. Nach einer gewissen Zeit. Aber Holz schleppen können wir ja machen. Wenn wir außen die alle absäbeln, kann er das herüber auf die Insel schleppen. Wenn das funktioniert, überhaupt durchs Wasser. Also, du wirst vielleicht ne Brücke bauen. Ah, okay, siehste, jetzt, obwohl ich Winterklamotten anhab, äh, ist es jetzt hier so kalt, dass ich, äh, 50% einbüße. Durch die Kälte und Ausdauer. Ja, ich auch. Also, da helfen nicht mal die Winterklamotten. Ich hab's ja angezogen. Ich kann ja nochmal gucken, Leute. Aber nö, hier ist bloß der Pulli, die normalen. Ja, ich hab die Winterklamotten. Da hast du schon die Wintersachen gefunden. Und die haben wirklich, war's jetzt voll bei, bei, oben bei dem Orangenen bei Hitze? Oder fast voll. Und die bringen genauso viel, als wenn du alles andere anhast. Also, ich würde den Schlitten hier... Weil das letzte Mal hatte ich ja, glaube ich, den Taucheranzug an, wo wir auf dem Berg waren. In der, wo, letzten oder vorletzten, äh, im Stream. War genau so. Hier sagt David der Schlitten. Ja, warte mal. Der steht schon da. Ich nehm den erstmal. Hier runter, oder was, David? So. Na dann. Geronimo! Uuhu! 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 Alter! Der Sound fehlt voll, aber... Uuhu! Okay. Wär der Stein nicht gewesen, wenn wir auf jeden Fall noch ewig weiter gesegelt, hätt ich dir die viel lehren. Ich bin richtig geflogen, alter. Aber hier, äh, ist die... Doch... Nee, aber ist die Kälte schon gar nicht mehr ganz so doll. Nur auf ein Viertel. Ja, bei mir auch. Oder es liegt generell daran, dass Winter ist. Weil Winter auf dem Berg ist ja noch herz. Und sonst waren wir auf dem Berg, wo nicht Winter war. Oh, das ist so gut, wie die Idee der wird. Gibt man bestimmt keinen Schaden, oder? Nee, falsch, 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 falsch. Ach, hat er die Welle schütteln genommen, oder was? Ja, und ist hier einfach runtergehüpft. Uuhu! Alter, ich bounce hier rum. Bounce, bounce, baby, bounce, bounce. Na, steig aus. Na, steig aus. doch es taucht gerade auf ich hatte schon wieder zu halsschaden gibt es generell nicht auch wenn ich so springe doch mit dem schlitten springe nicht oder was okay probier mal das noch mal richtig aus an der stelle wenn ich gleich drauf okay hat schon ja ist das mega das ist ja echt so richtig geiler trick alter egal wo du runter springen muss dem einfach den schlitten und da war springen schlitten nehmen links klick und du kriegst kein falsch schaden mehr ist ja mal ein live mega finde ich gut aber also in echt macht das nicht so wie beim wrestling oder jackass und schickt es uns mit genehmigungen hochzuladen also mit den rechten wenn wir sagen es gut hat er wird es schon mal gleich da es ist noch ein langer langer weg wäre zwar auch so ein spieler kind was man so umspielen ich brauche aber so ein spiel wenn winter wäre echt cool wenn man so rumläuft oder mit der waffe vorher wenn sich tau dran sammelt oder wenn man ins wasser geht und dann im winter rauskommt wenn da wirklich was fest werden würde ich meine man sieht es hier vielleicht in der sonne steht leicht aber das er feuchtigkeit ist nicht festgefroren naja aber dass die sachen die wir in der hand haben oder auch unsere hände oder so da einfluss drauf nehmen dass jetzt winter ist das heißt die hände werden ein bisschen bläulich über die zeit oder so wenn man keine handschuhe hat aber in dem spiel gibt es ja eh keine handschuhe oder bei der waffe oder dem schwert was denn in der hand hast dass ich denn da so ein paar eiskristalle oder gefrorene tropfen dran sammeln ich meine ist jetzt übertriebene grafik wie quatschen ist klar leute aber gut dann sucht den baum aus der rest wird gehackt warte ich mach erst mal das ganze umkreuz hier weg ich würde sagen aber dass wir die zwei bäume die wir haben lassen einfach und verbinden müssen oder müssen oder müssen wir auf jeden fall eine seilbahn bauen auf der andere seite nicht